Dieser Vierbeiner hat wirklich mit einem harten Schicksal zu kämpfen. Der Hund ist ab der Hüfte gelähmt. Doch er hat Glück im Unglück. Denn sein Herrchen macht es sich zur Aufgabe seinem Freund das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Auch wenn dieser nicht viel Geld hat. Mit einfachsten Mitteln baut er eine Vorrichtung mit Rollen. In diese setzt er seinen Hund und verbessert damit die Mobilität seines Hundes erheblich. Jetzt können beide das Gassigehen wieder genießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017